Musik 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 Ja Leute was geht jetzt kommt so weiter hier auf unserem Kanal Ja natürlich ist der Alex auch wieder dabei Alles klar Und ja natürlich ist Team offiziell auch dabei Ja ha 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 Ja die größte Mistgeburt Halt's Maul Ich hab jetzt ne Erde, der weiß was ich jetzt mache Sehst du das? Sehst du das? Äh die Erde ist wichtig auf Den Ich hab bei dir immer so richtig Panikattacken Oh nein oh nein Äh was machst du da Alex? Oh what you go Ich baue was Oh hör doch mal auf man Der macht mich akkursiv Hey hör doch mal Hey Ja sorry das ist mein Problem mit meinem Ach du bist mich Hinder Hey Hey Hier ist nicht mal irgendwo ein Setting angepflanzt Der stinkt die ganze Zeit Ich hab ihn angepflanzt Ich hab ihn ran gemacht Aber dann kam Felix natürlich und dachte ich Ja da kam Felix was dann? Hör willst du jetzt mit dem Stress anfangen oder was? Erik mal weg jetzt Ja ich verpiss mich jetzt Warte kann mir jemand vielleicht Oh Verpiss dich die Bombe hab ich grad an Mann Erik Ich brauch aber bisschen Ja ich brauch auch ein bisschen jetzt hörst Ich brauch Steine Hör einfach mal auf Mann Soll ich mir jetzt ne Holzspitzacke machen? Ja mach doch einfach alter Willst du mich verarschen alter Holz ist doch wichtig Oh mein mach doch einfach Haaaaaa Ach ja dieser Stimmverlust Dieser Weg Will kein Schwuler sein Nein Dieser Weg Felix und Alex Alex ist ja so stachelig So sexy Ja da verpiss dich doch Gib mir mal ein paar Steine ich brauch die jetzt schnell Du brauch selbst Ja aber Meine sind für eine wichtigere Investition Felix hier Ja was denn Ich hab noch bei dir Junge dieser Moment wenn alle Steine verbrennen Kennen diesen armen aktuellen Weg Okay diesen Moment Ich will die ganze Zeit so richtig scheiße obwohl ich aufnehme Erstmal wieder die Skills aktivieren Sollen wir so ne Baufarm machen? Was? So ne Baufarm An der Arnussfarm Findererig Zepplings Eigentlich find ich ja die Arnussfarm viel besser Hehehe Ah alles klar Ich hab jetzt 3 Zepplings Wie heißt die Farm nochmal? Hehehe Arnussfarm Hehehe What the fuck alter Hat der Maul erig Nein komm jetzt noch We can lie We can lie Make a noise Hennessin the announcer State round bars All I'm missing is a bounce Ain't fucking with my camp My position is a counselor They say that life a bitch But don't you dare the announcer Shop like a motherfucking dagger And I walk through like fuck your swagger Just gotta say wasn't always this way But you know sometimes we all fall Niagara's really if you're gonna get it up Viagra Y'all don't get the picture Maybe I should tag ya Maybe I should make that shit a little more clearer Cause it's time for reflection I don't need a mirror But I knew that my driving would take me far Now my rated entrance throwing up APR Yeah They're blowing hot air like a dryer I'ma set it off then set it on fire Bitch They can put it We can put it And we got a lift And we gonna let it I keep moving, you're about to stall it Been through more bars than an alcoholic Hope your blood picking up cause I'm about to call it I got the game in my back pocket like a wallet All it takes is a really big break And I guess it is apparent I'm about to raise the stakes Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes I fight for my career but I'll never hit the brakes I'm the answer, if you wanna ask me I'm a smart guy but you never gon' pass me Been spitting real since Drake was on the grassy Ain't that shit about a bitch, lassie Knew that my driving would take me far Now my radar entrance going up, APR, yeah You're blowing hot air like a dryer I'ma set it off, then set it on fire, bitch Yeah We can let it, so we can put it We can let 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 it We just wanted to build it here What do I want to do? Mama told me Ah, okay Ah, hey I'm gay Ah, let's go Jungs, was hast du mit diesem Angstgelein? Das kriegst du sore von mir Ich bist das auch Lot Jungs, die GILV ist gestorben Ah, die GILV ist gestorben Du bist grad hier Alles klar Ah, tief Ah, tief Dann guck mal, der Kaka-Toast ist gewachsen Der Kaka-Toast Jungs, jemand schreibt, mein Laptop ist zu schwach, wir es aufnehmen, Angst klar was da schreibt jemand in den Chat äh mein Laptop ist zu schwach fürs aufwählen soll ich mal Werbung machen? aber ich weiß nicht ob ich nen Chatband bekomme die Große Bruggerie soll ich das mal für nen Chatband machen alter? du kriegst nen Chat das wird nur nicht mein Chat geschrieben wenn du nur youtube.com in den Chat schreibst dann wirst du gebannt oh die vom Serverin ich hab mal geschrieben youtube.com slash piep und dann ähm noch nicht mal meinen wirklichen youtube-namen dann wurde ich einfach gebannt ne eine Frage ihr habt mich noch nicht mal verlinkt was soll die Scheiße ja du machst ja keine Videos von deinem ja doch hab ich ja das scheiß Intro zweimal hochgeladen einmal ich brauch mehr Klicks guck auf deinem Kanal du hast du ey das ist so ein Gillsdruck ich brauch Klicks ich brauch Klicks ich brauch Klicks ja dann lass die meine Kicks du lass die weiter was ok wir verlinken dich aber nur wenn du nicht böse bist nein äh ich würd ab hier irgendwann würd ich das so machen dass du hier guck du bleibst hier einfach erik einmal jetzt nen Block setzen wenn der weg ist dann würd ich einfach hier wieder an der Seite weiter bauen hä? und wenn du runterfällst dann fällst gib mal ein Slap wo es jetzt ist ja Digger bist du behindert so guck wenn ich jetzt weiter bau fall ich runter ok und dann muss ich ganz guck und dann gebe ich ganz äh schnell slash IS ein weil es sich jetzt ist ähm slash Island und dann wüsste direkt wieder hier hin vielleicht ist zwar müssen da ich guck und dann einfach die ersten Namen spawnisch und sterbe mit dem Fallschaden aber dann behältst du noch deine Sachen wenigstens ja das heißt einfach ganz schnell slash IS slash IS also also schreibst du nochmal in den äh chat ne ja ich weiß wie IS geschrieben wird also hast du es ge... siehst du es? ja wie hieß es halt ok ok kannst du mir vielleicht comment schon geben Alex oder ähm es gibt auch diesen Befehl nein es gibt kein Befehl haha OHA wei das erig grad gesagt hat hast du es gehört nein ach man erig das kann ich auch rauspiepsen wo ist du alles rauspiepst mein Freund User in your Channel was banned from the server so ist das ok so ist das richtig und so das war von meinem Prozent also ein Füßes sagen das was auch schon mit auf dem Jahr genau das sind die 15 minuten erreicht um da will ich sagen die leute lassen die Prüsi und die Koppel nach dem Positiv und wieder aber nicht vergessen ja nein wenn es ja erst dann wohl mit mir ein ganz weiterer Prozent nehmen in den neuen ein weiterer Gelegenheit liegt die Körner hat mehr auf jeden Fall um ja, verwerten und kommentierlich vergessen hä, aber wenn die, ne, 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 ne also, also, klicken, nicht vergessen also mehrmals aufrufen, Leute ne, ich weiß, ähm Eric wird ganz aggressiv, Alter was ist los mit dir? son, egal verwerten und kommentierlich vergessen bis zum nächsten Mal, Leute schoey